hallo herzlich willkommen auf dem kanal sublab media heute schalten wir uns wieder mal mehrere sachen frei ich bin eine stufe höher und hier kannst du es von den drei folgenden auswählen ein affen robot freibeuter affe hubschrauberpilot und den mörseraffen von den vier und die zwei auf jeden fall sinnvoll wenn du direkt am meer bist den hubschrauberpilot nicht so sinnvoll aber da ich mich falsch halten muss entscheide ich mich einfach mal für den mörseraffen wir schalten im mörseraffen frei er kann über die ganze karte schießen und ist sinnvoll gegen gepanzerten glanz und kann diese auch dann dementsprechend auf platz damit dieser plant sie sich daran verstecken trojanisches tor trojanisches pferd kann man auch sagen für schießt eine granate auf einen festgelegten ort irgendwo auf dem bildschirm diesen ort kannst du selber festlegen so man kann jetzt darüber streiten und der guter nicht ist er ist auch wie wir kein lustloser affe deswegen schreibt man ja mal frei dann kann ich dir das mal zeigen achtung tarnblanz ja da mache ich dir mal hier hin dann kannst du mal sehen was der der verschießt jetzt da oben hin siehst du das genau da schießt er hin und das kannst du dann auch hier selber festlegen ich hoffe es wieder gefallen bitte sich zu abonnieren und zu liken